hallo und herzlich willkommen youtube bei eurem commander krieger heute gibt es team deathmatch auf scrapyard und ich habe meinen koffer eingepackt die m4a1 mit einem schalldämpfer und die pp2000 ebenfalls schallgenämpft der gegrillte koala halt ganz klassisch als perks plündere pro vollkopf pro ruhiger hand pro und als abschlussserien auf der fünf die poetete auf den sieben der harry und auf den neuen unser guter alter freund der ppppvlo ja leute momentan ich muss das mikro hier mal vor die fresse ziehen ich muss ganz ehrlich sagen ich komme zu nix ist stress pur aber ich weiß ihr wollten live streamer ich habe gesagt jeden samstag gibt es ab dem oktober live stream jetzt kommen die ganzen events ich plane das pokerturnier ist es wirklich stress pur weil commander die hütte brennt es ist alles voll hier aber eins verspreche euch heute abend gibt es live stream ich werde jetzt gleich treffe ich mich noch mit den außenseitern schau mal was man da noch so alles ja vielleicht planen machen kooperieren kann und ich habe so viele ideen ich habe so viel ich sprudel quasi wie ein jung brunnen aus mir heraus und habe so viele ideen und das muss einfach umgesetzt werden ja freunde das muss einfach umgesetzt werden und dann gibt es nachher ich denke so ab spätestens 20 uhr gibt es dann heute eine live stream und der wird auch richtig schön gemütlich bis in die nacht hinein wird das ding dauern ich weiß noch nicht wie es im ego shooter bereich aussieht was ich davon zocken werde ob ich da überhaupt einen reiz zu habe ich muss es mir überlegen übrigens jetzt hier ganz klein der commander ist am start guckt jemand das gameplay an schakalakala und jetzt warte pass auf dinge ha 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 geil vielen dank an nick der mir das ganze gemacht hat richtig geil ist das wird noch viel schöner da werden noch so viele sachen kommen ja es sind so viele leute es ist gerade ich freue mich wie ein schneekönig hier warum weil dies kann weil dies kann weil ich einfach bock drauf habe und ihr merkt es auch schon wie ich kommentiere meine stimme okay ich habe immer noch leichtes kratzen aber es ist mir egal geile klette hier übrigens und eins verspreche ich euch leute 1 verspreche heute der live stream der wird richtig richtig cool also ab 20 uhr vielleicht auch 20 15 geht das ganze los www.kommanderkrieger.de live stream und wichtig noch ein slash hinten dran damit das ganze auch funktioniert ihr könnt auch alternativ über meinen kanal dahin gehen bzw in der video beschreibung hier unten ist ein link ab 20 uhr geht es da heute los ich werde unter anderem auch ein trials evolution download dlc verlosen darüber hinaus werde ich für die ps3 und für die xbox microsoft points verlosen habe ich bock drauf habe ich heute richtig bock drauf heute alles muss raus wie auf geschmack ich weiß auch gar nicht wer alles mit dabei sein wird vielleicht werde ich hier keine ahnung ich lassen wir uns mal überraschen was da alles noch schönes kommen wird ich wollte eigentlich heute in die bassballhalle fahren heute abend unter ein schönes video machen allerdings hat mir da der hausmeister leider so was durch die arschloch kommando es ist so es ist so aber ganz ehrlich ich vermisse noch die zeit wo man so spielen könnte ich vermisse es wie sieht es bei euch aus wie sieht es bei euch aus übrigens pokerturnier ich bin da momentan in der in der planung hier ich hätte ausrasten können aber ich bin da momentan in der planung und das kostet so viel verdammt zeit leute ohne scheiß wir sind momentan bei bei werten die sind schon wirklich astronomisch ich bin darauf auf sponsoren suche habt vielleicht sogar einen ziemlich coolen sponsor gefunden mit pokerstreter die da muss man mal schauen was bei da in welchem rahmen man da werbung machen kann und wie das ganze ja möglich ist es ist auf jeden fall sehr viel arbeit die momentan hinter dem kanal commander krieger steckt wenn da mal das ein oder andere video wie zum beispiel heute das fifa ja nicht ganz so wie damals ist wo der krieger motiviert ist dann liegt es vielleicht daran dass ich hier gerade nicht so rum brüllen kann weil es vielleicht schon ein bisschen später abends ist und dann heißt es direkt der krieger ist total deprimiert voll schlechte laune nee ich kann hier nicht bis in den puppen brüllen und grüllen und hat auch nichts mit arroganz oder sondern scheiße tut nein im gegenteil ich mache das ganze weil es mir spaß macht und ich habe definitiv auch keine keine fifa packs von irgendwelchen abonnenten bekommt übrigens heute kommt auch das neue fifa pack aus das heißt wir werden auch ordentlich packs ziehen damit sich während pack ziehen gezogen was gibt es noch ich habe so vieles noch vorne ist es wie gesagt der brunnen der sprudelt der sprudelt das sind welche auch irgendwie die video beschreibung packen hier der sprudelnde krieger oder so was keine ahnung ich werde auf jeden fall schon gesünder ich habe es immer noch, hier den Ranz, aber egal nichtsdestotrotz, heute Abend gegen 20 Uhr, 20 Uhr 15 ein Livestream, dafür ist es natürlich auch das Infovideo, da werde ich dann euch auch ein paar Informationen zum Pokerturnier geben, wie ich mir das Ganze vorstelle zum Beispiel der Helikopterflug oder ja, die halbnackten Bardam irgendwas werde ich mir ja schon noch schönes Einfall lassen, 33 zu 8 ist der Drops hier mit gelutscht hier seht ihr nochmal die Final Kill Camp vom Commander, na schön und ich hoffe es hat euch gefallen, ihr könnt mir mal reinschreiben wie ihr das Ganze findet haut es in die Kommentare haltet euch nicht zurück, ich bin gespannt in diesem Sinne, gut Schuss, euer Commander Krieger bis zum nächsten Mal